so herzlich willkommen auf meinem youtube kanal ich bin saik fbv heute unterwegs mit flipper fbv und zwar geht es halt mal wieder weiter mit einem trick tutorial und zwar ist es eigentlich der erste trick den man kennen sollte überhaupt das ist der split s das ist ein umkehr manöver quasi man fliegt über irgendwas drüber und dann dreht man sich auf den kopf und man fliegt dann in die andere richtung quasi wieder zurück und ja gut wie es funktioniert zeige ich euch jetzt mal anhand von einer stickcam und dann legen wir gleich mal los bis gleich okay osd ist da dann legen wir mal los also split s ist wie gesagt eine ein umkehr manöver man macht das stellt sich auf den kopf hinten und dreht wieder um in die andere richtung beste beispiel ist hier über die bäume drüber und unten durch und ja im endeffekt muss man eigentlich nur zwei muss machen das ist diese auf den kopf stellen umkehren und wieder zurück das ist eigentlich schon alles so genau machen wir noch mal langsam mal auf das 6 mal achten ich geh jetzt hoch ich stelle mich auf den kopf pitch nach hinten und einfach wieder durch also langsam ist er meiner meinung nach sogar noch schwieriger also einfach ein bisschen schön knackig einfach und unten durch immer mit einem schönen vortel management würde ich mal sagen und so schaut dann ganz gut aus das war jetzt zu viel mit welcher achse muss ich das jetzt machen ja du machst ja erst mit der roll achse gehst du dich auf den kopf mit der pitch ziehst du dann so nach hinten genau habe ich vergessen zu sagen vorher da machen wir noch mal jetzt machen wir und ja genau und schön unten durch genau so soll es sein jetzt machen wir mal schön knapp über den baum drüber schaut richtig geil aus ja war ein bisschen zu hoch noch machen wir nochmal jawohl so soll es sein und unten durch also im endeffekt ich erkläre es noch mal ganz kurz locker auf dem kopf stellen mit der roll achse links oder rechts wie ihr wollt und damit pitch nach hinten drücken und einfach unten durch fliegen genau könnt ihr erstmal auf freier fläche probieren oder so wie hier zum beispiel die zwei bäume die finde ich auch immer ganz cool entschuldigung drei bäume ja im endeffekt war es das eigentlich schon und meiner meinung nach ist es einer der ersten tricks überhaupt den man lernen sollte weil es ist ja nicht nur beim freestylen sondern auch beim beim racen benutzt du ja auch diesen diesen split s ja wenn du schnelles umkehr manöver machen willst dann ja dann ist es perfekt dafür halt und schaut auch gut aus und wie gesagt auch beim freestylen super cool okay haben wir eigentlich alles dazu gesagt ja ich sag dir vorher bescheid dann kannst du ein bisschen bauch einziehen okay ja wenn ihr fragen habt könnt ihr gerne mal fragen in den kommentaren stellen oder liken und subscriben natürlich und es gibt noch viele andere videos die schon gemacht habe zwecks tutorial im wörter door spin, power loop, trick combo, ach keine ahnung schaut ich mache oben mal die die playlist rein und dann könnt ihr einfach mal durchklicken also vielen dank fürs reinschauen ich finde es auch echt gut dass du solche tutorials machst weil ich kenne bisher keinen deutschen der solche tutorials macht ich kenne schon einen echt ja sagen aber nicht weil das ist mein kanal hier also tschüss